Eddie! Hallo? Ich bin Engineer Eddie. Freut mich. Von dem bist du wohl runtergefallen. Ein Countdown bis zum Abflug deines Schiffes. Ich verspreche es dir. Ich bringe dich zu deinem Schiff zurück. So, jetzt nur noch herausfinden wie. Ha! Ja! Hey Achter! Es funktioniert! Es funktioniert! Sollten wir dein Schiff genau dort sehen. Wo ist es? Ja! 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 Nein! So nicht! Ture! Ich baue dir ein zweites Stockwerk, damit wir zusammen wohnen können. Sie wird mir schon einen Rat geben. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, Start! Ich werde jetzt also das Universum entdecken. Wow! Vor einem Absprung werde ich mir schon nicht in die Hosen machen. Aaaaaah!